und dann hast du gehört genau jetzt haben wir das problem dass die clips dann abbrechen ist normal ja die sind alt und fröde muss nur wo stehen denn es müsste eigentlich hier ist eigentlich nach oben stehen genau aber was da jetzt irgendwie blockiert innerlich ist dieses bauteil blockiert der kofferraum genau wenn der kofferraum nicht zugeht dann geht auch kein autopilot und geht auch kein tempomat genau vorne wird das als als geöffneter kofferraum angezeigt und damit kann man zwar notfalls noch fahren aber nicht halt den autopilot oder das sind die linge die gehen öfters kaputt schade eigentlich also jetzt mercedes bauteil das ist auch so nach einem knappen jahr schon wieder kaputt ist so wir sind wieder mal in der elektro garage von wolfgang möller mit meinem model s wolfgang was habe ich dir erzählt was haben wir wieder für ein problem irgendwas mit der heckklappe ich weiß auch nicht du sagst das geht wieder nicht also kofferraum geräusche gegeben beim zumachen drück mal auf jetzt geht es war wieder klar gestern abend bestimmt 100 mal gedrückt ging nicht auf so ich hätte zu wenig strom gehabt vom 100 mal drücken kann es nicht sein hast du jetzt gar nicht richtig eingerastet dieser zuziehmotor scheint nicht zu funktionieren mach noch mal nee also wenn die position perfekt ist dann macht er das nicht und versuche jetzt noch mal kann natürlich sein beim nächsten mal dass es dann auf einmal zuzieht aber wie gesagt das problem kenne ich wenn das eigentlich perfekt ist dann macht er das nicht und wenn die so ein bisschen verstellt ist oder keine ahnung wie man es formuliert dann zieht er das richtig zu ich will die mal ein bisschen nach oben drücken die haube genau jetzt drückt er mal drauf jetzt geht sie nicht zu glaube ich siehst du jetzt muss es macht er einmal bitte manuell zu also richtig von oben ganz runter machen das geht nicht ich kenne mein auto es geht erst wenn du es richtig mal zu machst und dann hast du gehört genau jetzt haben wir das problem so war es gestern auch und jetzt die lösung damit ich wieder fahren kann ich muss nach vorne gehen auf am display auf schließen machen und dann herzlich willkommen das system wird hochgefahren noch mal und jetzt gehe ich nach hinten du gleich drauf und dann rastet er ein zack jetzt ist es zu ne siehst du also wie es repariert und jetzt ist wieder auf du kriegst auch nicht geschlossen jetzt kann ich wieder leicht kann mal kurz gucken muss wirklich mit gefühl einmal hier drücken jetzt hat es nicht geklappt also du merkst richtig wenn du drückst dann macht er klack und dann ist es wieder zu also ich habe alles schon mal gezogen mit mit gewalt ohne gewalt und wie gesagt wenn du hinter zwei mal drückst einmal kurz antippst hier dann schließt er wieder das ist wie gesagt du musst ins auto gehen ich weiß nicht warum das so ist zweimal jetzt kommen wir mal raus und tipp mal an dann würde es eigentlich gehen in der mitte einmal leicht drücken eben hat es ja geklappt aber so Wolfgang du wolltest auf Toilette jetzt denken wir darüber nach und wir kommen gleich wieder so die einzige möglichkeit den koffer aufzukriegen war jetzt von innen drin ich habe da kurz gefilmt wie der Wolfgang da am fummeln war Wolfgang sagt er hat es jetzt von drei bis fünfmal ungefähr gemacht er weiß jetzt wo die druckpunkte sind um es aufzumachen aber normalerweise dauert das richtig lange man muss ja wissen da ist dieser bautenzug wo man ihn gerade anfassen kann um ihn rauszuziehen jetzt wollen wir mal gucken was es sein kann dieser bautenzug von dem zuziehmotor der ist scheinbar ich hoffe ich muss erst mal ausatmen das ist anstrengend gewesen da drin was die clips dann abbrechen ist normal ne ja die sind alt wir haben das problem gefunden seltsamer weise war das symptom ein bisschen anders manchmal ging es manchmal nicht aber grundsätzlich ist es so dass dieser stellmotor der aber auch schon mal erneuert wurde hier auf zu steht das heißt er versucht die kappe die ganze zeit zu schließen und damit funktioniert das ganze system nicht jetzt hat man noch einen gebrauchten stellenmotor da da kann man dann halt schnell helfen also die die ruhe position von diesem motor ist so dass der hier in diesem rechten winkel stehen muss das heißt er würde das freigeben und dem moment wenn die heckklappe ins schloss fällt zieht er dann praktisch das an so dass sich die heckklappe ran zieht also das teil muss nach wo stehen das müsste eigentlich hier stehen das müsste eigentlich nach oben stehen genau also das war jetzt irgendwie blockiert innerlich ist dieses bauteil blockiert wie gesagt da wurde schon mal ein mercedes bauteil eingesetzt was ja eigentlich keine schlechte qualität hat aber grundsätzlich ist das von einem zulieferer heller und da ist diese heller teile nummer die ist aber nicht zu beschaffen das heißt also das einzige was man beschaffen kann ist das original mercedes teil und das passt halt von den steckverbindungen und so weiter warum das jetzt schon wieder kaputt gegangen ist hier müssen wir nachforschen wie lange das drin ist ich gehe mal davon aus so ungefähr über ein jahr ungefähr ein jahr glaube ich jetzt hier auch so ne wir haben ja ein video gemacht wo es darum geht wo wir den zuziehenmotor zuziehen können das kann man mal verlinken hier da kann man genau sehen wie alt das war und da ist dieser motor reingekommen und jetzt der alte motor den haben wir wieder eingebaut der funktioniert jetzt wieder ne so jetzt wollen wir mal kurz prüfen hier der kofferraum geht auf da da das wieder aufgeht und natürlich auch wieder zieht diesmal hat er ein bisschen länger gebraucht ne warte nochmal einmal zur bestätigung noch weil er zieht ja nicht immer zu ne also er geht zwar zu dann das ist halt je nachdem wie satt die da reinfällt dann wird wahrscheinlich von dem mikroschalter hier das Symbolbefehl gegeben dass kein zuziehen erforderlich ist dass er dann schon ordentlich drin ist ja das sind die linger die gehen öfters kaputt schade eigentlich also jetzt mercedes bauteil das ist auch so nach einem knappen jahr schon wieder kaputt ist kann ich im moment nicht nachvollziehen warum aber da kann ich auch nicht reingucken ne ja gut dann tausend dank dass wieder alles läuft Kofferraum geht wieder auf und zu Dark Angel ist wieder on the road aber man muss natürlich dabei sagen noch wenn der Kofferraum nicht zu geht dann geht auch kein Autopilot ne und geht auch kein Tempomat ne genau also vorne im Display wird das als geöffneter Kofferraum angezeigt und damit kann man zwar notfalls noch fahren aber nicht halt den Autopilot oder Tempomat benutzen alles klar Christian Sasser für News on Tour Wolfgang Müller für elektrogarage.com Ciao Der Tessergutachter glasel Leipzig Untertitelung des ZDF für funk, 2017